Über Privilegien zu sprechen ist, glaube ich, immer dann einfach, wenn man sie nicht hat oder einfach Herr. Ich wünsche mir einfach sehr, dass dieses Verurteilen aufhört, so dieses ständige auf andere schauen und irgendwie darüber urteilen, wie sie leben. Dass nicht mehr so eine Konkurrenz herrscht, dass Mädchen und Frauen erkennen, dass andere Mädchen und andere Frauen keine Konkurrenz sind, sondern Mitstreiterinnen, dass wir uns auch gegenseitig brauchen. Untertitelung des ZDF, 2020